Herzlich Willkommen wieder zurück zu Rickfield Adventure Project. Diesmal wieder die die wiegeaktion die kontrolle was haben wir bis jetzt in der woche erreicht nichts wir haben heute nicht den samstag sondern sonntag weil wir gestern das komplett verpeilt haben und wir waren unterwegs ja auch ganz viel unterwegs ich würde sagen direkt weiter loslegen so sieht sich auch schon drauf stellen bitte hier setzt sich drauf und ein füßchen füßchen ist auch nicht viel mehr gewonnen aber aber fast einen halben Kilo ich bin fast unter 116 aber auch nur fast mal sehen man sagt mir also bei mir ist es über ein Kilo sogar ich war da bei 120 jetzt bin ich bei 118,9 weil die Blicke töten könnten ich hasse dich ich habe gesagt ich hasse dich jetzt hast du dir mal überlegen ich mache eine halbe stunde weniger und ich habe noch weniger tage gehabt dazu ich habe fünf tage weiterhin gemacht jetzt mal sehen was ein männlicher sexiness macht da hier spürt ihr den blick in der nahaufnahme die ist knuffig die frau ich habe dich auch lieb betrachtet ihr im pc da schwer blinken ey mit nüsse und kakao und wasser am pc ein crash bandicard gut kabel dein gesicht auge juckt muss ich mich nächste woche weiterhin anstellen noch mehr anstellen immer bin ich noch unter dir ich habe von Anfang an gesagt du erreichst dein wunschgewicht eher als ich ich werde erstmal abwarten bis die diese diese 30 male durch sind ja weil wir haben ja nicht gesagt wir machen keine 30 tage sondern insgesamt 30 mal würde ich eher gut das sind 30 tage aber trotzdem ja wir sind aber im prinzip schon in der vierten woche jetzt aber es sind ja trotzdem keine 30 tage sondern prinzipiell ist es bei mir glaube ich mit dem jetzt glaube ich erst 18 folgen ich habe über 20 ja da kannst du es mal sehen wie viele ich nicht gemacht habe das ist schon hart und dann nimmt er trotzdem mehr ab als ich was mache ich verkehrt verdammte scheiße du kleiner dreck sei doch aber ich habe ein bisschen erfolg gesehen du musst es dir so denken das ist meine sexiness die das macht sieht man hier nicht wenn jemand hüften geschwingt so ich würde sagen das war es dann für heute sie hat verloren ich muss meinen daumen hier machen dass man das sieht warte bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020